Hallo und herzlich willkommen Willkommen bei Wir Probieren Was zum Geier hast du mir denn da eingebrockt? Eine Gurke In der Dose Eine einzige Ja Ich dachte ja erst so Aha, ein komischer Energy Drink mit diesem Zumachdeckel da oben drauf Das sehe ich aber, wieso ist da eine Gurke oben drauf abgebildet? Weil eine drin ist Weil eine drin ist Die haben da echt eine einzige Gurke in der Dose verpackt Was ist denn eigentlich das hier? Da kannst du es anpicken und anspicken Achso Genau Ich habe da mal was vorbereitet Ich habe da mal was vorbereitet Sonst gibt es eine riesen Sauer Hui, oh Gott, das ist ein Monster Ja, hallo, eine Gurke in einer Dose, ne? Was glaubst du? Ich dachte, du willst es jetzt trinken Natürlich Gurkenwasser, ja Was denn sonst? Da ficken die Fische drin Ach nee, halt Schmeckt nach Birne Schmeckt nach Birne Es ist gar nicht so weit weg von Birne Klar war nicht Doch Es ist zwar ganz klar so ein bisschen säuerlich Und Und Aber Es ist gar nicht weit weg von Birne Ich habe es drauf Gell? Bisschen schon, ja So dumm das auch klingt Aber das Gurkenwasser schmeckt nach Birne Dann benutzt man den Schniepel Um die kleine dreckige Gurke daraus zu holen Alter, was für ein Monster Das weißt du, wofür das Ding da ist Aber Aber auf die Idee zu kommen Eine Gurke in der Dose rauszuhauen Achtung Alter, was für ein Monster Das ist wirklich ein ordentlicher Limmel Der dicke Gurkenpimmel aus dem Osten Ja, das sind nämlich original Original Spreewald Spreewald Ja Jeder eine Hälfte, ne? Jeder eine Hälfte Interessant ist auch, dass die handverlesen sind Logisch, wie willst du den Scheiß auch sonst in die Dose reinkriegen? Ich würde sagen, wir essen das abwechselnd Ja, schiebst du schon mal rein in die Gosch Riecht nach einer klassischen Essiggurke Nicht nach Berlin, ja Das ist vor allem aber auch in verschiedensten Also auf jeden Fall nach Frankreich Und auch in englischsprachigen Gebieten Hauen dir das Zeug anscheinend auch raus Also die exportieren das richtig weit Scheint gut zu laufen, das Zeug Es ist wässrig, auf jeden Fall Sie ist eingelegt, was hättest du gedacht? Ja, nee, andere Also auch für eine Gewürzgurke recht wässrig Ja, also weil normale Gewürzgurken, die ich so mag Die sind knackig Okay Knacks Ja Wobei ich dann auch eher die kleinen esse Die Cornichons Ja, die sind auch besser Machen sich auch besser für Salate Also Kartoffelsalat und so weiter Sollte man schon die Chancen nennen Und nicht die großen Ja, ist eine klassische Gewürzgurke Also da gibt es jetzt nichts Besonderes Also sie ist halt ein bisschen wässrig Da gibt es jetzt nichts Besonderes zu sagen Aber In der Dose Das ist eine fucking Gurke in der Dose How hard can it be? Jetzt will ich auch mal Ich schaff das Nee, das ist wirklich sehr wässrig Okay Also was man schon mal sagen kann Um sie mal von anderen abzugrenzen Sehr senfig Ja, wollte ich auch gerade sagen Die ist im Abgang sehr scharf Also merkst du, was ich meine? Das schaffst du nämlich nicht, die zu essen, ohne dass das saftet Watch this Watch this Ja, also Im Abgang sehr senfig Also ich merke jetzt schon so eine gewisse Schärfe auf der Zunge Es ist jetzt nicht wortsmäßig scharf Aber man merkt eben im Vergleich zu normalen Essiggurken Die ja schon sehr essiglastig sind Und dann eben nichts mehr kommt Sind die sehr scharf am Ende Also sehr senflastig Nicht sehr scharf Und Wenn ich es mir aber jetzt so überlege, ist das eigentlich gar nicht so dumm Eine Gurke in einer Dose rauszuhauen Warum? Ganz einfach Wenn ich mir Gurken hole, dann hole ich mir meistens eher ein großes Glas Aber meistens schaffe ich das nicht Ich tue mir kein ganzes Gurkenglas in einem Abend reinziehen Die gibt es ja auch kleiner Ja, aber auch dann ist es so Wenn ich irgendwo Du isst das ja immer gern zum Brot dazu Das heißt, wenn ich ins Geschäft gehe, tue ich bestimmt irgendein Gurkenglas mitbringen Aber das Problem ist, wenn ich mir die irgendwo hinab packe Dann trocknen die aus Das heißt, da hast du eine Dose mit einer Gurke drin Für eine Mittagspause Fertig Also ich verstehe zumindest auf die Idee zu kommen Also warum Eine gewisse Gerechtfertigung dafür Oder was auch immer ist da Für den Single-Haushalt zu mitnehmen Das klassische Sandwich in der Dose Genau Also all und für sich Eine stinknormale Gurke Eigentlich ist es wirklich eine ganz stinknormale Gurke Aber diese Dose fasziniert einfach Ja Vor allem eben dickfett dieser Aufschrift Get one Get one Und zwar wirklich nur eine Mehr nicht Eine große, echte Spreewälder-Gewürzgurke Und da eben so ein grüner Pimmel Yeah Pick up We call them Pickers Und mehr gibt es zu diesem Produkt eigentlich großartig nichts zu sagen Ja, da steht auch sonst nichts drauf Da steht drin Brinkweinessig, Zucker Zucker? Zucker muss Zwiebeln, Salz, Dill, Senf, Gewürze Natürlich ja Das übliche Was ein bisschen krass ist Ist, dass das Döschen 1,20 Euro kostet Das ist eben auch Was kostet dann ein Glas? Du kriegst ein Glas-Gewürzgurken Kriegst du auch für um den Dreh Für 1 Euro Dann kannst du nämlich den Rest einfach wegschmeißen Selbst wenn du es nicht schaffst Hast du im Endeffekt mehr davon gehabt Das ist halt das Problem Wenn du sagen würdest Okay, sie hauen das Ding für 40 Cent raus Dann kannst du dir überlegen Aber für knapp über 1 Euro Aber es ist halt dadurch, dass es handverlesen ist Es ist teuer Das ist eben die Kehrseite Also wenn die es packen würden Das Zeug ein bisschen billiger rauszuhauen Dann können wir sich das auch ab und zu mal überlegen Für die Brotzeit sich zum Ding mitzunehmen Aber ansonsten ist es außer einem Party-Gag Nicht viel wert Stimmt Das ist der Hauptgrund Party-Gag Ja, natürlich Vor allem auf so Partys Wo dann mehrere Leute sind Typische WG-Partys Wo dann auch immer irgendwo Irgendwo hast du immer einen Kiffer mit dabei Natürlich Wo dann immer auf die Schnaps-Idee kommt Boah, geil, eine Gurke Ich hab ein Fressflasch Brauch, was dringender zu fressen Ja, ja Und drückst dir die Dose Gurke in die Hand Ja, ganz schlimm Also hier Pro-Tipp Ja, Tipp fürs Leben Wenn ihr eine WG-Party macht Habt niemals Ananas im Haus Nein Da wird den ganzen anderen rumgestreichelt Rumgeleckt und angefickt Ich mag die Ananas Also Verbindungen mit real existierenden Personen sind nicht gewöhnlich Rein zufällig Rein zufällig, genau Und mit diesen glorreichen Worten dann bleibt nur noch zu sagen Mahlzeit Oh Bis zum nächsten Mal.